Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stundo Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde DJ Company Simulator. Und ich würde sagen, wir enden hier einfach kurz den Tag, wo wir haben 465 Euro gemacht. Dollar meine ich, das ist geil. Ja, Marktpreis für die folgenden Produkte haben sich geändert. Weißes T-Shirt, okay. Machen wir erstmal auf auf. Und gucken mal hier. Sich irgendwie die Preise bei... Oh, der kostet 18 Euro. So. 12. Okay. Ah, hier. Der kostet nur noch 16. 16. Ey. 16.90. Der kostet 24. Äh, machen wir 25, Alter. Let's go. Dann machen wir hier auch 17. Jo. So. Mit Karte bitte. Danke sehr. Okay, was mir gerade mal auffällt ist, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was hier drin war. Weißes T-Shirt. War das das weiße T-Shirt oder was? T-Shirt mit Vogeln. Tief. Äh, nein. Wartet mal ein Markt. Weißes T-Shirt. War das das? Hm, ich kaufe das einfach mal. Weißes T-Shirt, ne? Ach nee, das war hier drin. Oh. War wieder zurück. Hier war das weiße T-Shirt. 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 Blaues ist wo? Da. Ähm. Pinkes ist hier. Und das Rote ist da. Also Rot, Gelb muss ich hier auf jeden Fall holen. Wartet kurz, Leute. Eine Kunde muss warten, weil die Kasse nicht steht. Ja, sorry. Ich kann gerade nicht. Ich hab jetzt vergessen. Ähm, Blau. Hier. Gelb. Pink. Rot. Gelb. Hier ist Rot. Ah, hier ist Rot. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Ja gut. So. Jetzt mach ich dir erstmal kurz die Kasse. Ähm, sie wollen was? Ähm. 50. 1, 2, 3. 20. So. 30. 90. So. 50. 5, 6, 7, 8. Bitte sehr. Ah. So. Zack. Zack. Oh ja, jetzt hört auf, hier euch rumzudingsen. Ich hatte gerade ein bisschen Stress, ja. So, jetzt muss ich hier kurz die Dinger hier kaufen. So, ist jetzt hier noch sonst irgendwas ausverkauft? Ne. Gut. Gelbes kurzes T-Shirt ist... Gelbes kurzes T-Shirt ist... Gelbes kurzes T-Shirt ist hier. So, jetzt haben wir das nämlich wieder. pinkes kurzes T-Shirt ist wo? Hier, ne? Ja. Okay, legen wir mal dazu. So, und das T-Shirt mit Sonnenuntergang muss dann hier sein, ne? Ja. Gut. Dann haben wir jetzt erstmal alles wieder. Außer irgendein anderes. Hier. Ja, weißes Tanktop und weißes T-Shirt. Ne, nicht weißes T-Shirt. Weißes Tanktop. Hier. Das. Die hier haben wir alle, ne? Da haben wir... Beja Pullover. Haben wir den? Ach, das gehört dahin. Okay, gefindet. So. Jetzt ziehe ich auch einmal nochmal da hin. Ah. Der Weiß wurde direkt übernommen. Stark. Und weißes Tanktop. Jetzt ziehe ich auch mal kurz hier. So. Okay. So, jetzt kann ich zu euch. 50. 2. 13.90. 13.90. 12. Ähm. 0 Dollar Wechselgeld. Okay. 50. 50. 1, 2. Und 10. Das ist ja. 45. Der hat auch kein Wechselgeld. Okay. So. 1, 2. Oh. Okay. So. 30 das müsste der letzte sein der letzte sei es können wir einmal kurz gucken also weißes t-shirt brauchen war die ja mit für pink brauchen wir einmal und da haben wir das noch ja pink brauchen wir trotzdem einmal habe ich schon mal hier kurz rein so also pink dann einmal weißes t-shirt t-shirt mit vogelmotiv und sonst brauchen wir nichts mehr also das pink habe ich doch jetzt hier drin ja gut dann können wir jetzt hier mal kurz gucken dass wir hier platz machen und dann kaufen wir nämlich einmal hier zwei kleider ständer und kaufen dann noch mal hier den vertrag für zwei komische andere dinge so zack und dann gehen wir auf markt sagt sagt und kaufen das 135 dollar haben wir gemacht let's go öffnen natürlich einmal wieder okay wir müssen gleich mal gucken die preise haben sich schon wieder umgeändert der kostet nur noch 20 der kostet ja den lassen wir auf 17 hallo der kostet 38 wir machen wir jetzt gerade zahlen weil dann haben wir hier nie in diese kack zahlen immer hier 14 hier 23 bei denen sind es 15 dann haben wir nämlich einmal alle dinge jetzt perfekt gemacht sondern kaufen wir hier einmal alles so ziehen wir den einmal hier neben das passt ja so den hallo hey jetzt meine fresse war es jetzt schwere geburt so das ist neu das kostet 23 so und das hier ist auch neu das kostet war 70 jetzt go 70 euro einer alles klar er greift ritten er greift er direkt zu er okay so pink ist war hier wir weißes t-shirt war hier jetzt auf ihr euch wieder rum zu beschweren jetzt ist schon wieder was weg becher pullover der ist weg und weißer tank top dann gehen wir jetzt erstmal an die kasse die haben ja alle kein wechselgeld ist ja übelst praktisch so jetzt einfach 48 und fertig also geht es viel schneller die hosen sind ja fast ausverkauft warum so schnell die sind ja übelst schnell ausverkauft alles kauft die mal direkt nach der beetsche pullover kommt hier hin so zack 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 ja natürlich passt doch einer nicht hin so weißes t-shirt wir müssen ja auch mal wieder ein bisschen was wegräumen kann ja nicht sein dass hier alles rumliegt sicher mit vom motiv zack gehen wir mal wieder hier an die kasse 50 sogar 50 glatt 54 so bitte sehr so einmal mit karte natürlich kann ich die ganzen kartons hier nämlich weg packen also bei blau blau will keiner die hosen und auch erst kann die kosten auch genau 10 euro geld muss ich mal wiederholen ja hallo kauf das jetzt so 88 mal okay was hat die denn alles gekauft ist halt da so moin moin danke jo die macht mich reich 210 danke sehr und 34 so dann schauen wir nochmal was wir alles hier brauchen also die hosen irgendwie wird die keiner kaufen so pink brauchen wir wieder das brauchen wir wieder also das brauchen wir dann wir den den hier da sind noch genug da und gelb habe ich ja schon gekauft so kann man gelb einmal kurz schon wieder auffüllen und dann würde ich sagen leute war es das auch mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne liken abo und kommentare schaut außerdem auf meinem disco vorbei der ist unten in der video schon verlinkt aktive die den blogger mit keinem mehr verpasst haut rein euer stando ciao